Hallo Rasenfreaks, da bin ich wieder. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt zum letzten Mal, ich verspreche es, zum letzten Mal hier Werkstatt. Ich zeige noch so ein bisschen die Teile, die ich jetzt alle so ausgebaut und zerlegt habe. Welche Verschleißspuren ich da noch so gefunden habe. Viel Spaß mit meinem Video. Bis gleich. Ja Freaks, ich bin tatsächlich immer noch am schwanken, ob ich wirklich sinnvoll 2000 Euro für diesen Toro mehr ausgegeben habe. Ich habe sehr, sehr viele Stellen gefunden, die wirklich megamäßig verschlissen sind. Ich werde sie alle jetzt in diesem Video nochmal zeigen. Angefangen hier bei diesem Hebel. Das ist hier dieser Zentralhebel, dieser Haken, dieser Heberhaken. Das ist echt der helle Wahnsinn. Also hier läuft der Bolzen. Wie sieht das? Genau, wunderbar. Hier läuft der Bolzen vom Hydraulikzylinder rauf und runter. Und diese, diese Fläche hier, dieses Langloch, hat sich um 10 mm weiter ausgearbeitet. Über die Jahre hat der Bolzen dieses Langloch um 10 mm vergrößert. Dann sieht man hier sehr schön, die Buchse oder das Loch ist sehr stark nach außen erweitert worden. Das sind hier diese Träger von den Fangkörben und der ist hier ja zentral gelagert. Diese Lagerbuchsen sind völlig ausgeschlagen, aber da gehen hier noch die, naja, das hat sich wahrscheinlich auch schon erweitert. Aber das Schlimme ist, das wurde mal nachgeschweißt. Das wurde mal ziemlich übel nachgeschweißt. Das ist anscheinend schon mal auseinandergebrochen, das ganze Teil. In der Vergangenheit ist das schon mal weggebrochen. Dann hat man das hier wirklich dilettantisch nachgeschweißt. Das muss ich jetzt alles noch mal sauber ausschleifen und dann noch mal ordentlich schweißen. Dann ist zum Beispiel der hier, das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Hier, der ist völlig durch. Ein fettes Rohr ist hier komplett durchgescheuert. Das will ich hier aufschweißen, dann wieder überschleifen. Der ist noch nicht ganz durch hier. Der Wahnsinn. Die Schrauben, die die Buchsen festgehalten haben, sind völlig eingearbeitet. Es muss alles ermögert werden. Hier diese Zapfen, diese Zapfen selber, diese Zapfen selber, die sind sowas von eingearbeitet. So ein massiver Stahlzapfen ist richtig, richtig tief eingearbeitet. Nie richtig gefettet worden oder irgendwann nicht mehr gefettet worden. Und dann verschlissen. Ja, lieber Rasenmäherfreaks, vielen Dank, dass ihr immer so tolle Kommentare schreibt für meine Bastelvideos auch. Ich weiß ja immer nicht, ob das wirklich irgendeinen interessiert. Aber anscheinend finden das wirklich viele Leute toll. Das finde ich super. Vielen Dank dafür. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier die ganzen Teile von meinem Toro zerlegt. Die Buchsen sind raus. Hier fehlt noch eine einzige Buchse. Und dann sind alle Teile komplett frei. Da sind sie, die ganzen schweren Schwermaschinenbauteile. Ich werde jetzt alle Teile nachschweißen. Da sind so viele Einkerbungen und Löcher auch drin. Und ich werde versuchen, die alle jetzt wieder zuzuschweißen, Material aufzutragen, Metall aufzutragen, durchschweißen. Dann schleife ich die alle sauber nach und dann werden die lackiert. Schauen wir mal an. Wenn man ein gebrauchtes Gerät kauft, weiß man nie, wie alt dieses Öl ist, wann zum letzten Mal der Ölwechsel gemacht wurde. Und gerade bei Dieselmotoren ist regelmäßiger Ölwechsel das Allerwichtigste. Was habe ich hier gekauft? Liqui Moly, deutsche Marke. Schönes Motorenöl 10W30. Extra für Rasenmähermotoren, für Rasen, Gartenmaschinen. Tausend Auszeichnungen. Fünf Liter. Hier ist der Luftfilter drin. Nicht gut. Nicht gut. So, jetzt mal hier. Oh, der Vergleich. Alt gegen Neu. Ratet, was was ist. Alt gegen Neu. Boah, ey. Völlig in die Kiste. Eine richtig gute Idee ist, auf die Ölfilter das Datum des Ölwechsels drauf zu schreiben. Ich habe mir so einen richtig schönen Trichter mit so einem Versatz gekauft, weil der Einfüllstutzen richtig schön versteckt ist hinter diesem Tank. So, jetzt mache ich erstmal nur ein ganz bisschen Öl rein, um zu gucken, ob es unten wieder rausläuft. Das braucht jetzt ein bisschen, bis das durch den Motor durchgelaufen ist und ich werde erstmal unten kontrollieren, ob nun unten die Ölwanne mit der Ölablassschraube dicht ist oder nicht. Meine Ölablassschraube scheint nicht ganz dicht zu sein. Da gab es auch so eine komische Gummierung, als ich sie abgeschraubt habe. Ja, mal gucken. So, jetzt starten wir ihn mal. Vorglühen. Start. Und schön die Garage belüften, wenn man Maschinen in der Garage laufen lässt. Auch die Hydraulikmotoren für die Spindelantriebe sind vorne am Zahnprofil komplett verschlissen. Also so, und ich weiß auch nicht, ob ich das so reparieren kann. Einen neuen Motor geht gar nicht. Einen neuen Motor neu zu kaufen geht gar nicht gebraucht. Will ich jetzt mal gucken, ob ich vielleicht mal gebrauchte Beantriebsmotoren kriege für diese Toro mehr. Dann will ich jetzt mal so ein bisschen in den nächsten Wochen bei Ebay oder Monate bei Ebay schauen, ob ich da noch ein paar günstige Gebrauchteile kriege. Der Motor läuft wirklich nicht schlecht. Ja, er rust ein bisschen. Man müsste die Ventile mal einstellen. Ja, aber trotzdem, das Ding ist cool. Das Ding finde ich schon faszinierend. Ganz andere Technik als John Deere. Wir werden den großen Mähervergleich machen. Ich habe es euch versprochen. Wenn das Ding fertig ist, das wird auch noch einige Wochen dauern. Ja, mit Lackieren und allem Schickimicki. Mein John Deere, der sieht ja auch wieder super aus. Der kriegt jetzt die neuen Spindeln. Die Ersatzteile sind bestellt. Die alten Spindeln müssen noch geschliffen werden, damit ich den Mäher wieder einsetzen kann. Jetzt kommt das Frühjahr. Wir hatten es heute schon richtig warm. Also heute hatte ich schon so eine Lust zu mähen. Das habe ich kaum ausgehalten. Das geht jetzt ab. So, und dann gibt es natürlich noch eine interessante Geschichte. Der Rasen wächst wieder. Wann soll das erste Mal gedüngt werden? Da werde ich jetzt demnächst ein Video hochladen. Dazu müsst ihr mich abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und die Glocke anschalten, damit es dann schön bei euch klingelt. Wenn ihr das wollt. Würde mich freuen. Ja, also, wann kommt das Düngen? Dann habe ich schon viele Anfragen. Wie soll jetzt so die Saison gestartet werden? Was machen wir zuerst? Mähen wir erst? Vertikutieren? Düngen? Unkraut vernichten? Was ist sinnvoll? Womit fangen wir an? Kommt alles in meinen nächsten Videos. Bleibt dran. Freue mich, dass ihr da seid. Viel Spaß damit. Tschüss.